Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren abendlichen Offizier-Video. Und heute geht es um Brad Bäumler. Den wirst du dich wahrscheinlich sehr erinnern an den Chaos-Typen. Bäumler ist ein seltener Offizier von der Klasse Kommando. Das heißt, man braucht hinterher Kommando-Abzeichnungen, um ihn abzugraden. Er gehört natürlich zur Gruppe Unterdeck und das heißt, er kann Synergie geben an einen Käpt'n aus der gleichen Gruppe, der eine Käpt'nsfähigkeit hat. Bäumler hat nämlich keine. Und er gehört zur Fraktion Föderation und das bedeutet, dass man hinterher Föderations-Credits braucht, um ihn abzugraden. Wie gesagt, er hat keine Käpt'nsfähigkeit, dafür aber eine Offizierfähigkeit und eine Unterdeckfähigkeit. Seine Offizierfähigkeit für die Brücke ist die echte Action und Brad Bäumler erhöht den Panzerungsdurchbruch, den Schilddurchbruch und die Treffsicherheit um 35%. Ist ganz nett, wenn man ihn relativ früh bekommt. Heute spielt das für mich jetzt keine große Rolle mehr, weil ich da ganz andere Offiziere habe. Aber je früher man ihn bekommt, desto interessanter ist auch die Fähigkeit für die Brücke. Und die Unterdenkfähigkeit ist der Bäumler-Effekt. Wenn du dich erinnerst, war Bäumler in der Serie gar nicht so happy, dass man diesen Effekt nach ihm benannt hat. Aber in dem Fall erhöht Bäumler die Panzerung, Schildablenkung und Ausweichen um 68%. Und die benutze ich dann doch häufiger als die Brückenfähigkeit, wenn auch nicht ständig. Als seltener Offizier hat Bäumler natürlich auch zwei Außenteam-Fähigkeiten. Einmal ambitioniert und einmal zuverlässig. Das benutze ich dann mittlerweile schon etwas häufiger. Das liegt aber auch daran, solange wie ich jetzt auf dem Server schon spiele, ich habe natürlich einen Haufen Offiziere und habe auch bei den Unterdeck-Offizieren eine viel größere Auswahl. Wenn du, wie gesagt, Bäumler früh bekommst, wirst du sehr froh sein, ihn zu haben und auch seine Unterdeckfähigkeit zu haben, wenn du Feinde jagst oder was auch immer. Das ist dann immer abhängig davon, wie sieht dein gesamtes Offizierskorps aus sozusagen. Ich meine, ich habe jetzt gerade Glück gehabt mit der Schatzkammer. Deswegen habe ich Dr. Theana bekommen und deshalb fehlen mir jetzt tatsächlich nicht mehr so viele Offiziere. Darwin und Hadley kann man ab und zu mal kaufen. Die sind aus der ganz frühen Zeit des Spiels. Die sind aber nicht so wichtig. Schwen kommt heute Abend, wo ich das filme, weil ich ein bisschen voraus filme, starten die Events, um Schwen zu rekrutieren noch. Deswegen hoffe ich, dass ich das über das Wochenende auch schaffe. Der PK-U wird ein bisschen brauchen über die NX-01-Raffinerie, aber ansonsten fehlen mir vier Offiziere und das sind Data, Pick Admiral, Pickar, Pick Riker und Jailer. Und bei Riker und Pickar hoffe ich, dass da bald mal wieder Events kommen, weil da bin ich schon relativ nah dran, die auch zu bekommen. Aber du siehst, mir fehlen kaum was von den Offizieren, die es schon gibt. Und deshalb ist es natürlich klar, dass ich Bäumler nicht so extrem brauche, wie jemand, der ihn früh bekommt. Da sind wir auch schon beim Thema, wenn du Bäumler auch schon hast, dann lass uns doch wissen, wie du Bäumler einsetzt. Du weißt, dass ich mich immer freue, wenn auch meine Zuschauer zum Thema des Videos im Fall von Offizieren dann über diesen speziellen Offizier auch ihre Meinung in die Kommentare schreiben. Oder aber auch, wenn du Videowünsche hast oder Fragen, immer einen Kommentar da lassen. Du weißt, ich schaue da regelmäßig rein. Und ich freue mich immer ganz besonders auch über die Nachricht, wenn jemand nur Hallo sagt und wo er herkommt, welche Stadt zum Beispiel. Dann, das ist halt interessant zu wissen, wo kommen deine aktiven Zuschauer her. Aber wir müssen ja noch darüber reden, wo man Bäumler herbekommt. Und da müssen wir tatsächlich mal wieder zur Raffinerie gehen und da zum Support, also zu den Support-Raffinerie-Geschichten. Da ist ja einmal was über die Borg, dann für die Titan, wenn du das alles schon hast. Da ist was über die Discovery, aber eben auch zur Cerritos. Kann ich jetzt nicht reinklicken, weil erst in vier Stunden wieder freigeschaltet wird, aber da siehst du auf dem Bild schon ist Bäumler mit drauf, weil über die Cerritos-Raffinerie kannst du eben Badgie, Tandy, Rutherford, Mariner und Bäumler rekrutieren mit etwas Glück. Auch da gilt wieder, da gibt es nur eine Chance, ihn zu bekommen, aber du hast halt eine Chance. Und je nachdem, wie dein Glück ist bei sowas, hast du vielleicht die Möglichkeit, ihn mit der Cerritos relativ früh dann zu bekommen, sobald du die Cerritos hast, oder auf dem Weg zur Cerritos schon. Wenn du die Cerritos-Events Mittwochstern, dann machst du einmal die Vorbereitung und dann hinterher die Second-Contact-Elite und sowas. Da bekommt man dann Bäumler, wenn man Glück hat, auch schon was früher. Wie ich immer so schön sage, meine Videos sind so lang wie notwendig, aber auch so kurz wie möglich. Deswegen kann ich jetzt schon sagen, da ist ein weiteres Video im Endscreen, das YouTube für dich ausgesucht hat. Und wenn du Zeit hast, jetzt reinzuschauen, würde ich mich freuen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.